Fliegen ist Vertrauenssache. Und ein Geschäft. Ach, der kann doch nicht... Durch gutes Klima. Kommt doch noch kein Geld herein, Herr Erlin. Ist doch wohl kein Zufall, dass Sie ohne die Finanzspritze meines Vaters schon längst eine Bruchlandung hingelegt hätten. Der Arzt hat mich fluguntauglich geschrieben. Ich bin die Co-Pilotin. Was? Sie wollen mich doch nicht weismachen, dass Sie diese Flugmaschine steuern können. Und ob ich das kann. Kinder, Kinder, wie sich die Zeiten ändern. Niklas, Herrlin, du bist ein solches Arschloch. Wenn du wenigstens jetzt die Courage hättest, dazu zu stehen. Was sie sich da geleistet haben! Was sie sich da geleistet haben? Oh, es ist auch ein solches Arschloch. Ich bin dievio... Oh, es ist doch sehr sicher. Oh, es ist doch ein solches Arschloch. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020